Wie schnell ist der neue Raspberry Pi 5 wirklich? Da er erst Ende Oktober 2023 erscheinen wird, kann ich es leider noch nicht selber testen, aber ich habe im Web für euch recherchiert und erste Benchmarks gefunden. Schauen wir sie uns zusammen an. Die ersten Messungen stammen von Heise. Dort hat man den Browser-Benchmark Jetstream laufen lassen. Mit dem Raspberry Pi 5 erzielte man dort 92 Punkte. Im Vergleich dazu, der Vorgänger schafft ihn nur 39. Das entspricht einer Leistungssteigerung um den Faktor 2,4. Neben diesem Benchmark beschreiben sie außerdem, dass das Surfen im Web sich nun deutlich schneller anfühlen soll. Das kann ich ein Stück weit bestätigen. Ich habe ja mal einen Test zum Orange Pi 5 gemacht, dessen Hauptprozessor ist der gleiche, der auch im Raspberry Pi 5 steckt. Mit dem Orange Pi 5 war das Surfen deutlich flüssiger und angenehmer wie mit dem Raspberry Pi 4. Wer mehr zum Orange Pi 5 wissen möchte, kann sich ja mein eigenes Video dazu noch angucken. Heise hat auch einen Benchmark mit dem Archivprogramm 7zip durchgeführt. Da haben wir 75% mehr Leistung beim Verpacken von Dateien und 134%, wenn man diese wieder auspackt. Noch deutlich besser sind die Leistungssteigerungen beim Verschlüsseln mit AES 128 Bit. Hier ist der Raspberry Pi 5 Seite 20 Mal schneller als sein Vorgänger. Wenn man ein erstes ausführliches Video zum Raspberry Pi 5 angeschaut hat, wird davon jetzt nicht allzu sehr überrascht sein. Da habe ich nämlich schon darauf hingewiesen, dass der neue A76 über kryptografische Erweiterungen verfügt, die dem Raspberry Pi 4 Prozessor noch fehlten. Daher ist der Pi 5 bei allem, wo es um Verschlüsselung geht, deutlich schneller. Das betrifft im Alltag zum Beispiel Webserver, die SSL als Transportverschlüsselung nutzen oder aber auch VPN-Server. Heise hat auch den Stromverbrauch gemessen. Das sind 3,25 Watt im Leerlauf und 8,6 Watt unter Volllast. Der Anstieg ist im Vergleich zum Vorgänger durchaus beachtlich, das sind ungefähr 22 bis 34% mehr. Absolut gesehen für einen Kleinkomputer immer noch gering, vor allem in Anbetracht des Leistungssprunges, den man ja für diesen höheren Stromverbrauch bekommt. Eben habe ich den Orange Pi 5 kurz erwähnt. Das ist an einem Platin-Computer mit dem Ziel, deutlich stärker zu sein als der Raspberry Pi. In seinem Rockchip System on a Chip ist auch der A76 als Prozessor verbaut, also der gleiche, den wir nun im neuen Raspberry Pi 5 haben. Doch der Rockchip vom Orange Pi, der setzt schon auf die neue Big Little Architektur. Das heißt, dem A76 steht nochmal ein zweiter A75 zur Seite. Der Pi hat zwar nur den einen Prozessor, aber gerade weil der Hauptprozessor bei beiden gleich ist, wird der Vergleich von Orange Pi 5 und Raspberry Pi 5 interessant, wie jemand von euch schon aus der Community angemerkt hat. Meine Vorabprognose war, der Abstand von Pi 5 und Orange Pi 5 wird deutlich zurückgehen. Dennoch sehe ich den Orange Pi durch den zweiten Prozessor und das modernere Fertigungsverfahren etwas weiter vorne. Bei der Recherche für dieses Video habe ich noch weitere Messungen von Foronix gefunden. Sie haben mit dem Raspberry Pi 5 deutlich umfangreichere Messungen durchgeführt und die Ergebnisse mit dem Raspberry Pi 4, aber auch dem Orange Pi 5 verglichen. Auf mehreren Seiten finden sich die Ergebnisse von unterschiedlichsten Messungen, zum Beispiel dem Encodieren und Dekodieren verschiedener Grafikformate wie JPEG und WebP, GraphicsMagic, das ist ein Ableger von ImageMagic zur Verarbeitung von Raster- und Vektorgrafiken, der offene Videocodec AV1, MP3, das kennt ihr von Musikdateien, das Umwandeln von Filmen in X.264 mit FFMPEG, neuronale Netzwerke, die für Mobilgeräte vorgesehen sind, OpenSSL mit verschiedenen Verschlüsselungsverfahren und Hash-Algorithmen, das Knacken eines Passwort-Hashes mit John the Ripper, auch hier mit verschiedenen Algorithmen und dazu noch unterschiedliche allgemeine Benchmarks wie zum Beispiel PiBench oder PiPerformance sowie weitere. Wenn man sich die Ergebnisse anguckt, dann merkt man, warum das so viele sind. In manchen Disziplinen ist der Orange Pi 5 den beiden Raspberry Pis mit großem Vorsprung überlegen. Ein Beispiel ist hier AV1-Filmencoding mit 1080p, das heißt Full-HD-Auflösung. Doch beim gleichen Codec in 4K statt Full-HD sieht es schon deutlich anders aus. Hier reicht der Raspberry Pi 5 sogar minimal mehr Bilder pro Sekunde als die anderen beiden. Je nach konkretem Anwendungsfall ist also mal die eine Plattform besser, mal die andere. Zählt man alle Ergebnisse von diesen vielen Benchmarks zusammen, dann geht der erste Platz an den Orange Pi 5 mit vergleichsweise knappem Abstand zum Raspberry Pi 5. Da hätte ich vom Orange Pi 5 mehr erwartet, könnte vielleicht daran liegen, dass die Big Little-Architektur noch recht neu ist und nicht überall ausgereizt werden kann. Eventuell also ein Software-Thema, da kann man im Moment nur spekulieren, das muss man sich näher angucken. Eindeutig ist dagegen, dass der Raspberry Pi 5 weitaus besser abschneidet als sein Vorgänger. Der Fähre liegt in keiner einzigen Messung vorne, sondern immer mit deutlichem Abstand hinten. 24.385 Punkte des Raspberry Pi 5 stehen nur 8.820 des Vorgängers gegenüber. Das entspricht einer Leistungssteigerung von rund 2,8 als Faktor und liegt damit im Rahmen des Versprochenen. Das Portal hat auch einen Blick auf die Temperatur mit und ohne externe Kühlung geworfen. Das finde ich sehr wichtig, weil sie ja starke Auswirkungen auf die Leistung haben kann. Bereits der Raspberry Pi 4 taktet sich automatisch herunter, wenn er zu heiß wird. Und grundsätzlich können sich bei Computern hohe Temperaturen negativ auf die Lebensdauer der Hardware auswirken. Dabei spielt es keine Rolle, ob das jetzt x86 Hardware ist oder eben so ein ARM Raspberry Pi. Da der Pi 5 leistungsstärker geworden ist, verhält er sich ähnlich wie sein Vorgänger. Nur mit dem offiziellen Kühler kann er die Taktfrequenz von 2,4 GHz konstant aufrechterhalten. Im Schnitt wird er bei 56 Grad Celsius warm. Der gemessene Bereich lag bei 36 Grad bis 73 Grad. Im Vergleich dazu liegt er komplett ohne Kühlung, also wie er geliefert wird, bei gut 81 Grad im Schnitt. Der Bereich lag hier zwischen 50 und 90 Grad. Diese ersten Messungen bestätigen also, dass der Raspberry Pi 5 deutlich schneller ist als sein Vorgänger. Faktor 2 bis 3, wie es versprochen wurde, scheint realistisch. Das relativiert den Preis, was ja schon beim Raspberry Pi 4 ein Kritikpunkt im Vergleich zur Leistung war. Trotz allem muss es je nach Anwendungsfall nicht zwingend ein Raspberry Pi sein. Es gibt viele Szenarien, in denen Alternativen mindestens genauso gut funktionieren oder sogar besser. Ich habe schon mehrere Beiträge zu möglichen Alternativen gemacht und auch Hardware-Tests durchgeführt, falls euch das Thema interessiert. Dennoch finde ich den Leistungssprung beim Raspberry Pi 5 beachtlich, das dürfte sicher einige von euch freuen. Ich werde beide Themengebiete weiterhin verfolgen. An dieser Stelle war es das. Tschüss, bis zum nächsten Mal.